Das Erlebnis eines Nicht-Juden in der Nazi-Zeit, das ich gerne mehr illustriert hätte. Aber ich nehme ein paar Episoden heraus, die ich in meinem Buch habe, und das gibt Ihnen vielleicht einen recht lebendigen Eindruck von der Zeit. Ich war damals 13 Jahre alt, im Jahre 38, und in meiner Familie waren sie alle Anti-Nazis. Natürlich die meisten Intellektuellen und Schauspieler waren das. Ich sage nicht alle, aber die meisten. Und dadurch, dass ich in die Schwarzwaldschule gegangen bin, die von einer jüdischen Pädagogik, die sehr berühmt war, gegründet war, das war das erste Realgymnasium für Menschen in der Wallner Straße, also Herrengasse. Ich möchte sagen, das möchten Sie vielleicht interessieren, ich hoffe, es wird sich nicht zu sehr langweilen. Der Hitler war einmarschiert und mit großem Jubel empfangen. Vom Hochhaus, von den Fenstern dort, konnte man auf dem Michaelaplatz sehen und auf die Herrengasse, was ich alles getan habe vor Jubel und Glück. So viel Jubel habe ich überhaupt noch niemals gesehen. Und mit 13 Jahren habe ich ein Hass und eine Mut erfüllt und sagte, man muss doch was dagegen machen. Meine Mutter ist erschrocken, hereingerufen ins Zimmer und mich vom Fenster weggeholt. So, bist du wahnsinnig, sagt sie, ich werde die Jean d'Arc sein, ich werde kämpfen. Und ich hatte schon Angst, aber meine Mutter hatte Angst. Und die Angst fing mit diesem Moment immer an. Und es war so, dass der Jubel, den man auf den Straßen sah, und der noch weiter ging bis zu den ersten Tage, fast zwei, drei Tage, also wirklich dionysisch kann man sagen. Und da waren die Schulen und die Theater geschlossen, die wurden aber bald wieder aufgemacht. Die Zeitungen haben sofort umgeschaltet. Zuerst haben sie für Schuschnigg geschrieben und jetzt haben sie natürlich Hitler begrüßt. Sonst werden sie wahrscheinlich geschlossen. Nun, eine einzige Zeitung zum Beispiel schrieb, dass vor dem Anschluss an Deutschland die großartige, rein-arische Schauspielerin, meine Mutter, Kitty Stengel, zweimal gezwungen worden war, eine Jüdin zu spielen. Nämlich die Recha und die Jüdin von Toledo. Die Recha, jetzt Sie wissen, ist in nahtander Weise von Lächeln. Und die Jüdin von Toledo ist von Grillparzer, Österreich. Da habe diese deutsch-blütigen Eierin, das habe dieser deutsch-blütigen Eierin fast das Herz gebrochen. Wir mussten lachen, aber die Mutter hatte keinen Humor. Das ist gar nicht lustig, sagte sie. Höchste Zeit, dass wir hier wegkommen. Das war ein Einführung. Die Schule machte wieder auf, auch die Schwarzwaldschule. Und ich erzähle eine kleine Episode. Wir waren fast alles jüdische Kinder, aber in jeder Klasse gab es zwei, drei arische Kinder. Also evangelische oder katholische. Und die wurden meistens mit einem Stipendium unterstützt. Also es war die Mehrzahl, also 90% war jüdisch. Also, einen Tag später nach der Wiedereröffnung der Schule kam ein großes blondes Mädchen aus der achten Klasse herein. Sie tuschelte mit der Professor, er koschert. Dann sagte sie, mein Name ist Nelly Peller und ich vertrete den Bund Deutscher Mädchen an dieser Schule. Alle arischen Kinder müssen sofort von den jüdischen Getränken sitzen. Und zwar sofort sage ich, aufzeigen, wer arisch ist. Die blöde Gretel und die Trudi und die Hilde zeigten auf. Die Peller zeigte auf zwei vordere Bänke. Ihr setzt euch hier zusammen und die Plätze werden getauscht. Die Kinder tauschten die Plätze. Diese Peller hatte ein großes Hakenkreuz aus Blech an ihrer weißen Huse stecken. Von jetzt ab müssen sich alle arischen Kinder so ein Hakenkreuz anstecken. Damit sie nicht verwechselnd werden, sagte die Kuh. Einen Moment, sagte die Professor Koschak. Einen Moment. Du bist doch auch nicht jüdisch, und deutete auf mich. Nein, aber ich setze mich nicht von meiner Freundin Lotte weg. Und warum nicht, sagte die Peller? Ich bin Mohammedanisch. Alarm. Die Peller starrte mich an. Die Kinder kichern. Und er ging sie schnell hinaus. Am nächsten Tag kam die Peller in der großen Pause. Und fand mich im Gang vor unserer Klasse. Sie packte mich an den Töpfen. Du, sagte sie, ich hab's ja gewusst, dass du lügst. Warum trägst du kein Hakenkreuz? Weil ich nicht will. Du Kommandiantenfratz. Sag das noch mal. Schrie ich. Du Kommandiantenfratz. Da haute ich sie ganz fest ins Friesen. Sie stürzte sich auf mich, aber ich war plötzlich ganz stark und voller Hass. Ich spürte diesen Hass und eine irrsinnige Kraft. Ich packte sie am Hals und klemmte ihre scheiß Nazi-Schädel zwischen zwei Garderobehaaren. Ich bring dich um, schrie ich. Ich bring dich um. Die Schüler schrien auch alle und zwei Professoren rannten herbei zur Hilfe. Wir gingen natürlich nach Hause und es läutete das Telefon und die Direktion der Schule verlangte, dass ich sofort hinüberkomme. Hochhaus legten wir, dass ich hinüber war in die Weihlandstraße. Und ich müsse mich bei der Direktorin melden. Also, die Frau Direktor Weißel kam und nahm mich allein mit in ihr Zimmer. Sie schloss die Tür. Setz dich, Susi, sagte sie ruhig und sah mich lange an. Du musst dich bei der Pella entschuldigen, sonst kannst du nicht bei uns bleiben. Ich werde mich nie entschuldigen. Ich wollte, sie werden tot. Und ich wollte, die alle Nazis werden tot. Und ich wollte, ich könnte sie alle umbringen. Vor lauter Hass vergaß ich, wo ich war. Ich tobte und die Frau Direktor schrie, aufhör, setz dich. Ich schluck, ich schluckte, würgte und gehorchte. Sie kam zu mir und legte ihre Hand auf meinen Kopf. Dann sagte sie leise. Und wenn ich dich jetzt bitte, einfach ganz ernstlich bitte. Dass du mir hilfst, nicht nur mir, uns allen. Wenn du dich nicht bei der Pella entschuldigst, müssen wir vielleicht die Schule sofort schließen. Dann werden vielleicht viele deiner Lehrer verhaftet. Und ja, es ist sogar möglich, dass auch deine Mutter denunziert wird. Lange Pause. Sie hatte Tränen in den Augen und ich schaute weg. Bitte Frau Hofrat, bitte sagen sie mir nur eins. Warum können wir nicht kämpfen? Einer muss doch anfangen, sich zu wehren. Ich will kämpfen. Und wenn alle kämpfen, dann. Welche alle? fragte die Weißel. Eine Handvoll Intellektueller und Künstler. Ein paar Kommunisten, ein paar arme Sozialdemokraten, ein paar echtgläubige Christen. gegen Millionen von Fanatikern. Ach, Kind. Also gibt es überhaupt keine Hoffnung? Doch, glaub mir, auch diese Zeit wird vorüber gehen. Jede Schreckensherrschaft ist zugrunde gegangen. Ich werde es vielleicht nicht mehr erleben. Aber du schon. Ja, du darfst auch dafür kämpfen. Aber nicht so primitiv. Er wirbt dir durch Bildung andere mit zu kämpfen. Versprichst du mir das? Ich nicht. Jetzt lass die Pelle holen. Es genügt, wenn du ihr die Handel gibst. Tja. Jetzt kommt noch eine kleine Episode. Da muss ich aufhören, weil wir ja noch ein großes Programm haben. Ein paar Tage später hatten wir Nachmittagsunterricht in der Schule. Das war freiwillig. Es waren meistens Musikstunden. Und wir waren nur zu sechst, als wir bei der Wallner Straße herauskamen und sahen, dass da standen ein paar Weiber da mit Bürsten und auch große, dicke Männer, die Wasserhämer trugen. Judenschule, brüllten sie. Judenschule. Wir waren höchstens sechs Leute. Ich weiß es nicht mehr genau. Als wir aus dem Tor kamen, die anderen Mädchen waren alle aus der Nebenschule, aus der Frauenoberschule und hatten nichts mit uns. Schnell ins Hochhaus rief ich. Und wir fingen an zu rennen. Aber ein Mann stellte der Gärtin ein Bein und sie fiel hin und schrie. Ein Weib rief mich an den Zöpfen. Judenfratz. Da hast du die Bürste. Reib sauber. Ehrliche Orgel kennt sie quasi ja nicht. Sie drückte mich aufs Trottoir. Aber ich rief mich los und haute ihr mit der nassen Bürste ins Gesicht. Er setzte Hiebe mit Fäusten und Bürsten und ich schrie den anderen zu. Wehrt euch. Weißt sie. Sie kratzte ihnen die Augen aus. Diesen Kerl. Ich war stark und haute um mich. Der Hass war auch wieder da. Ganz glühender Hass. Die anderen Mädchen wehrten sich nicht richtig. Sie deckten ihre Gesichter mit den Armen zu. Ein älterer Herr blieb stehen und rief. Bitte. Das sind doch Kinder. Wir waren zwölf, dreizehn. Gleich schnappten sich die Männer den Herrn, rissen ihn den Hut vom Kopf und pressten ihm die Bürste in die Hand. Ich bin kein Jude, schrie der Herr. Jetzt war es ganz aus. Hohes dann zählt und rief ein Muskelmensch. Na, aber die Gfraster da haben Papier. Ein Weib riss meine Schultasche auf, streute alles auf die Straße und nahm eine Doppelseite aus dem Physikheft. Eine andere band sich die Schürze ab und wieder eine andere schrieb in großen Buchstaben auf diese Seite. Dieses Aria-Schwein lässt sich mit Juden ein. Dann banden sie die Doppelseite mit Schürzenbändern auf den Rücken des Herrn, der dauernd zählte, ich bin kein Jude, ich bin kein Jude. Wir konnten die Chance wegzurennen nicht nützen, denn immer mehr schlossen sie uns ein. Sie machten einen Zug vorne die Männer und hinten die Weiber oder umgekehrt, ich weiß nicht, jedenfalls war es ein Zweiermarsch durch die Herrengasse bis zum Herrenhof. Die Bürsten hatten sie vergessen, die lagen bei unseren Schulsachen. Plötzlich, ja, auf dem Schild von dem Herrn stand ja dieses Aria-Schwein, ließ sich mit Juden ein. Das war's. Und das schrien sie auch hinterher in einem Marschton. Dieses Aria-Schwein, so schön, wunderschön gesungen. Plötzlich hielten zwei deutsche Offiziere die Gruppe an. Halt, Heil Hitler! Heil Hitler, riefen die Weiber und Männer. Die Offiziere ließen sich von vielen alles auf einmal erklären. Wir sahen Judenfraßler, Gfraßler aus der Judenschule. Ja, und ich hätte eine Frau mit der Bürste beinahe getötet und der Mann mit dem Zettel hätte die Judenfraßler auch noch schützen wollen. Der eine Offizier sagte in einem mir sehr gut bekannten deutschen Akzent. Das hat der Juden gemacht, Heil Hitler. Wir verhaften nun mal alle. Und ihr verschwindet, denn der Führer wird morgen. Komm! Ich bin kein Jude heute, der ältere Herr. Och nee, sagte der zweite Offizier. Das werden wir ja noch rauskriegen. Er meinte natürlich rauskriegen. Abarsch! Er pufte mich voran und der andere pufte den Herrn. Nach ein paar Schritten zog er mich am Kopf und fragte leise, wohin? Ich sagte, dort in den Hof vom Hochhaus. Komm, waren wir im Innenhof, riss der erste Offizier dem Herrn den Zettel und die Schürze vom Rücken. Ich wollte nur zum Arzt, sagte dieser. Ach, ach, jetzt halt den Mund. Ach, du, Männer, sagte der eine zum anderen. Gucke mal, dass die nicht wiederkommen. Der Männer guckte mal und ich erklärte dem ersten, wo ich wohnte. Kannst du die anderen Kinder mitnehmen, fragte er. Klar. Na, dann haut mal ab und warte, bis es dunkel wird. Danke, sagte ich. Mein Vater arbeitet übrigens in Leipzig. Och nee, und ich bin aus Berlin. Nun ist ja alles gut, Herr Offizier. Die Deutschen sind doch besser. Och, nicht alle, sagte der Offizier und flinste. Die meisten Wiener sind so wie dieser Scheißkern, sagte ich. Aber halt doch auch nicht alle. Sollte. 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 Sollte.